... erfolgt. Albträume inspirieren, aber auch Träume werden zu Filmen. Vom Bodensee in die Welt hinaus, das wollte sie von Kindesbeinen an. Eine frühe Begegnung ließ sie von der Fremde träumen. Asien, Wüsten, Einsamkeit der Steppe. Fremde Orte, an denen man eine andere Lebensweise und Kultur erfahren konnte. Da wollte sie hin. Und sie schaffte mehr als das. Als erste Frau aus Europa gelang ihr ein großer Spielfilm in der Mongolei. Nach ihren Spielfilmen in Europa war das die größte Herausforderung ihrer Karriere. Hier konnte sie ihre beiden Passionen leben. Reisen und filmen. Ich habe eigentlich sehr früh mich für Dinge interessiert, die anders waren. Und ich habe als Kind unglaublich viele Expeditions- und Reiseberichte gelesen schon. Und da gab es einen der Bodenseemaler, den Fritz-Mühlen-Weg. Nicht der ja auch so im Umkreis von Dix und Heckel sich bewegte oder zu diesem Freundeskreis gehörte. Und wie auch mein Vater, der ursprünglich ja auch Maler war. Mein Vater sah, dass ich unentwegt irgendwie und mit großer Begeisterung, das waren natürlich noch Kinderbücher, nicht? Aber wie ich Bücher über die Mongolei las und dann schaute er so über meine Schulter und sagte, ach, das ist ja von Fritz, von Fritz-Mühlen-Weg. Und sagte dann, ja, das ist ein guter Freund von mir. Und ich konnte es gar nicht glauben, dass so jemand überhaupt existierte, der so wunderbare Bücher schreibt. Der hatte mit Sven Hedin einige seiner Expeditionen begleitet und als Maler und Kassier der Fritz-Mühlen-Weg. Und dieses Buch hiess in Geheimer Mission durch die Übste-Gopi. Ja, genau, das ist es doch. Siehst du, eine schöne mongolische Mütze, nicht? Die konnte man so, wenn es eben kalt war, war es bei den Ohren und das ist das, was man eben auf diesen langen Kamelritten bei den Kamelkarawanen trug. Und das eben der mongolische Glücksknoten. Schau, wie schön das gearbeitet ist aus den verschiedenen Seiten, wie sorgfältig die das machen. Ist das ein Fuchs oder was ist das?